So Leute, wir haben die Hälfte der Strecke schon umgebracht, so wie es ausschaut. Und wir sind, ja, 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 bald da. Und dann geht es weiter mit der Hauptstory. Wir könnten hier parken. Was gibt es hier Schönes? Ja, Parkplatz vorbei. Da hätten wir ein bisschen picknicken können. Und was ist da? Ich kenne die Gegend alles noch gar nicht. Ups. Was war das für ein Geräusch? Hini? Und Titan stützt ihn von unten. Moment, ich dachte, den gibt es nur im Märchen. Laut Historikern kämpften die sechs Götter schon immer an der Seite der lutzischen Könige. Echt jetzt? Echt jetzt. Bei Nocts Anblick schwer zu glauben. König ist nicht gleich König. Ja, ja, lacht nur. Okay. Und wo ist der Meteor jetzt? Ich sehe ihn nicht wirklich. Wo ist denn hingelandet? Okay, Filia kehrt zurück zum Schokobo-Verleih. Okay, alles klar. Die Mietzeit ist abgelaufen. Shit, ist das eine Riesengegend? Das da hinten ist der Meteor? Ich glaube schon, ne? Gut, ein Tunnel. Dieser Tunnel. Irgendwie echt schön. Ja, ja. Hm, bin ich auch gespannt. Da hinten ist der Meteor. So krass. Das sieht auch aus wie in Final Fantasy VII der Meteor, der da runtergekommen ist. Ach, einfach schön. Wow. Hey, hey. Ziemlich große Stadt war's? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn. Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. What the fuck? Das ist ja, das ist ja riesig hier. Sehr schön. Einmal rückwärts einparken. Ganz schön heiß hier. Sollten wir uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Das Einbinden magischer Katalysator verleiht Synthesienzauber zusätzliche Effekte, bla 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 und so weiter. Willst du uns das mal ansehen, Noct? Was denn? Ups, ich renne gegen den Zaun. Auch nicht schlecht. Da unten spielt eine Band. Und los geht's. Was labern ihnen da? So. Erstmal umgucken. Irgendwie höre ich auch eine Sirene im Hintergrund. Garantiert lecker. Das lässt sich auch unterwegs kochen. Okay. Das ist sehr schön. Alles klar, da steht unser Wagen. Da hinten ist unsere Aufgabe. Hier ist der Parkplatz. Auf dem Parkplatz hier scheint aber auch sonst niemand zu sein. Also laufen wir mal hoch. Ach komm schon, Noct. Sei nicht so kaputt. Vor ein bisschen Laufen. Auf zur Aufgabe. Warte mal. Wer ist das? Na, der hat doch irgendwas dahinter versteckt. Geh mal weg. Geh aus dem Weg, du alter Sack. Immer diese ganzen... Was? Halt's Maul. Immer diese ganzen Leute, die ja im Weg rumstehen. So, da wären wir. Viele Beben. Aha. Erst mal die Nachrichten hören. Die berüchtigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Daska, ist erlegt worden. Der Behemoth hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagden auf die gefährliche Bestie unternommen, die jedoch stets erfolglos blieben. Die Unruhe der Bevölkerung wurde dadurch nur noch verstärkt. Laut der Meldatio-Jäger-Zentrale ist es vierfähigen Jungjägern endlich gelungen, die Bestie zu erlegen. Berichte über entstandene Sachschäden liegen nicht vor. Der Rabatoga ist ein prächtiger Berg. Irgendwann will ich mal bis zum Gipfel. Wenn es um Fischgerichte geht, kann ich nur das Restaurant zur Perle am Galdinkai empfehlen. Zwar liegt der Ferdetrieb nun schon eine Weile still. Die Fischereiflotte geht jedoch nach wie vor ihrem Geschäft nach. Fangfrischen Fisch gibt es nicht nur in Altesia, liebe Zuhörer. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Okay, und was macht die hier? Die Spielenrunde. Wir werden irgendwie nach links müssen. Hier ist viel los. Aus dem Weg. Ist normal. Wenn du so auf der Straße stehst und dich unterhält, rennen die Leute auch zwischendurch. Oh, das ist aber hier müllig. Müll, müll, müll. Oh, noch mehr Gitarristen. Die feiern hier alle voll ab. Erstmal über die Gitarristen drüber springen. Oh, Moment. Da ist doch was. Hä? Hat er das irgendwie verpasst? Wo ist denn hier der Händler? Ach, da. Riechsalz. Was? Er hat Hängergold eine Sanduhr. Nein. Bis bald. Bis dann. Ciao. Oh. Da ist das Hotel. Oh. Nein, du bist nicht weg. Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg? Okay. Egal. Willkommen im Blibblbl Hotel. Laber nicht. Schwarz habe ich schon. Ah. Hey. Gladdy. Iris. Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Hm. Fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Okay. Das wäre die Schwester von Gladdy, ne? Ich habe ihn auch Gladdy genannt. Ist einfach auszusprechen. Gerrit und Talcate. Schön, euch zu sehen. Prinz Noctis. Ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergib meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Kommt, Talcate. Ins Bett mit dir. Prinz Noctis. Gute Nacht. Und raus mit dir. Iris. Wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja. Danke dir. Was ist? Noctis. Luna Freya. Sie war vor einer Weile hier, in Lestallum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen. Aber wenigstens ist sie am Leben. Verstanden. Danke. Also dann. Ruht euch erstmal aus. Genau. Erstmal ausruhen. Und da man hört die Sirenen irgendwie im Hintergrund. Oh, erstmal ausruhen angesagt. Kostenfrei sogar. Oh, 1,5-fach EP. Schön erstmal mit der unterhalten. Mal gucken, was gibt's für schöne Fotos. Na ja, okay. Der Tokobo-Typ. Hm, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was? Echt? Hm. Keine Brüller-Fotos, echt nicht. Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Irgendein riesengroßer Motor? Eine Engine? Ja, wir gehen dem Ganzen noch auf den Grund. Der nächste Morgen. Am nächsten Tage. Na endlich, du Schlafmütze. Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Turket spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen. Hm. Mitgehen? Okay. Ist eine Stadtrundtour jetzt? Klasse. Ich führe dich rum. Ja, sehr schön. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Kann die auch kämpfen? Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach. Stadtbummel. Okay, auf zum Marktplatz. Tada. Ich kann tanzen. Ich tanze um sie herum. Tanzen, tanzen. Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Und bestimmt gefährlich. Ach komm, renn doch eine Runde. Rennen. Was? Okay, sie rennt. Oh, warte, da liegt was. Das muss ich aufheben. Halt, Rang. Das ist der berühmte Partellummarkt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Begeisterung ausdrücken. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das finde ich auch. Okay, wir bleiben mal weiter freundlich. Gibt ja immer irgendwie gute EP dafür. Ja, ja. Ah, das Kraftwerk könnte die ganze Zeit diese Geräusche machen. Ja, dann los. Auf geht's. Mädel, lauf. Oder soll ich ja jetzt hinlaufen? Und da ist was. Ein Sticker erhalten. Sehr schön. Lauf die Treppen hoch. Wettrennen. Kriegen wir eigentlich noch andere Charaktere, die uns im Kampf beistehen? Oder nur unsere vier Truppen, die das ganze Spiel über dabei sind? Ja gut. Immer mal wieder einer, der dazukommt. So wie unser Leutnant. Korr oder wie er hieß. So, da wären wir. Ähm. Mitleid mit Frauen zeigen? Die armen Frauen. Wieso arm? Also, ich find's toll, dass sie hier ernst genommen werden. Nächster Halt. Peckler Panoramapark. So, und wo ist das? In die Richtung? Kann man einfach langlaufen. Ich will aber mal kurz gucken. Da unten ist doch... Ah. Das ist irgendwie... Da ist ein Riss zur Energie. Also zur... Zur Lebenskraft von... Gaia. Die Erde. Wir können doch da lang, oder? Mir gefällt die Architektur. Ganz anders als in Insomnia. Hm. Hm. Ist mega toll. Sieht sehr gut aus. Da ist auch was. Mir gefällt, dass hier überall Münzen und so einen Scheiß rumliegen. Weg da. Irgendwann können wir mit den Gedenkmünzen bestimmt irgendwas anfangen. So, und jetzt? Wolang? Oh, wir müssen echt selber laufen und es selber rausfinden. Ich dachte, das ist eine Stadt-Tour. Da vorne scheinen wir Kräuter kaufen zu können. Hier unten an der Ecke. In dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja? Gucken wir mal. Willkommen bei Meteero. Aha, okay. Alles klar. Gerne wieder. Danke, Meteero. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Ja, ja. Hast du schon mal gesagt. Es bebt doch gar nicht so viel. Und rennen. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, nicht schlecht. Oh, hier sind, hier sind Zettel. Eingelegt gelieven und sowas, bla bla bla. So, Panoramapark. Den kennen wir ja schon. Wir sind da, Noct. Am Peckler Panoramapark. Schau doch mal. Man sieht den Meteor. Noct? Sag mal. Ist das jetzt ein Date? Oh nein. Frag doch nicht sowas. Entschärfen. Wenn es so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst. Ich sage ihm nichts. Na ja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Jipp. So ist das leider. Was ist das leider? Wenn die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Okay, das war der Stadtbummel. Das war aber kurz. Ich habe jetzt nicht viel dazugelernt, wo wir was finden, außer wo der Marktplatz ist. Aber, na ja. Trotzdem. Auch wenn die Stadt so riesig aussieht, es scheint hier nicht viel zu geben. Naja, man könnte wahrscheinlich die ganze Stadt nach irgendwelchen Einzelteilen absuchen. Oh, da ist die Tankstelle. Solange Iris in der Gruppe ist, kannst du den Bereich nicht verlassen. Ach ja, okay. Alles klar. Iris hält uns gerade auf. Ey, hör auf zu pennen. Ob die anderen wohl schon zurück sind? Vielleicht. So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Nogt. Hat Spaß gemacht. Ähm. Ja, zustimmen. Hat Spaß gemacht. Ist doch vollkommen in Ordnung, oder? Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Und wieder EP erhalten. Habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Nogt? Oh nein. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. Ein Poncho. Ähihi. Aufgabe abgeschlossen. Wahnsinn. Stadtbummel kriegen wir EP? Da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis. In der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Gern geschehen. Okay, so. Die Höhle. Ich will nicht böse sein, wenn es das Schwert nicht wirklich gibt. Naja, okay. Das ist in Ordnung. In der Stadt gibt es neue Quests anscheinend. Hier können wir schlafen. Wie teuer ist denn die Übernachtung hier? Wir haben schon 14 Uhr. Willkommen. Darf es dein Zimmer sein? Ja, darf es. Ist okay. Denn wir haben schon wieder 14 Uhr in dem Spiel. So, der Tag ist um. Oh, die spielen Karten. Was nur? Ich habe EP bekommen. So eine Schweinerei. Das ist gemein. Dann bin ich jetzt vom Löffel her höher als die anderen. Das ist doof. Das finde ich doof. Ich mag, dass sind alle gleich Löffel. Aber naja, so ist das nun mal. Iris. Die Köpfe sind ineinander geschmolzen. Sie amnesische Zwillinge. Oh Mann, ey. Okay, damit ist die Fotosession vorbei. Aber auch diese Folge. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und in der nächsten werden wir, denke ich mal, das Schwert suchen gehen. Bin gespannt, was uns von zukommt. Die Stadt scheint ja, wie gesagt, wirklich riesig zu sein. Vielleicht gehen wir auch noch mal eine kleine Shoppingtour machen. Aber hier erst einmal Feierabend. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.